Also, ich zeig euch die Karte und ihr sagt einmal nur, kann ich sehen oder nicht sehen. Ich könnte mir, ich weiß es nicht, aber ich guck nach vorne. Schau mal, wo hängt eigentlich deine Buchse? So, so kannst du nicht aus... Ich könnte mal einen Geschäftsplan sehen, der ist... So. Wie lange kommt ihr euch? Sie müssen gucken, wenn du dich bewerben willst und dann deinen Bewerber kommt so rein, oder? Ah, sie sind Sascha, ey, wir haben den dreigen Schneider, weißt du? Ich sag, ich kriege die Kacke nicht mehr hoch. Ich hab aber auch ein gebärfreudiges Becken. Guck nach vorne. So. Ich zeig euch die Karte und ihr sagt nur, kann ich sehen oder kann ich nicht sehen, ja? Also, ich könnte mir vor, ich weiß es nicht, ich könnte mir vorstellen, dass Sascha diese Karte wählt. Ob er diese Karte wählt, weiß ich nicht. Kann man die hinten sehen? Nicht in den Wert sagen. Kann man die Karte sehen? Wunderbar. Ähm... Die Dame in den Streißen, bist du so nett? Komm mal nach vorne, komm mal nach vorne, komm mal nach vorne, schnitt, 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 guck nach vorne, komm nach vorne. Kennst du den Mann da? Nein. Setz dich mal hier hin. Möchtest du ihn kennenlernen? Nein. Entspann dich, entspann dich, die meint das nicht. So, riech ein bisschen weiter runter. Wie heißt du? Sandra, merkt ihr den Namen, den brauchen wir gleich nochmal. Ich leg meine Karte, leg dich hier hin, du hältst deine Hand auf die Karte, dich hochreden, dich verrutschen und gar nichts. Nicht, dass es heißt, wir stecken unter einer Decke, was ja noch nicht ist. So, also, ich könnte mir vorstellen, ja, diese Karte, ich leg meine Karte hier hin, halt die Hand da drauf, halt die Hand da drauf. Da ich dir keine fünf Cent über den Weg traue, hab ich natürlich noch eine kleine... Ist alles gut, Sandra, mach dir ganz klar. So, Sandra war richtig gut gemerkt. So, Sascha, drehe dich wieder rum. Meine Karte liegt da, die gibt es hier in diesen vier Karten. Kann diese Karte nicht nochmal drin sein? So, wenn ich jetzt fliegt zum Tragen wäre, würde ich meinen eigenen Trick nicht verstehen. Ja, da würde ich mir sagen, Sascha, zieh mal eine Karte und behaupten, dass diese Karte, die du ziehst, mit meiner Karte komplett identisch ist. Was ich gehen kann. So, dann drehst du deine Karte um, du wirst ja, welche Karte liegt, dann drehst du die Karte um, stellen fest, wenn ich hier überhaupt nichts mit einer Reihenlei zu tun. Und dann wird der Schweizer jetzt stehen und würde sagen, pff, haben wir halt eine andere gefunden. Ja, und Gritta Hude geht in der Hauser-Klinstuhl, der Oschmann-Beruf, der hat es aber drauf. Also, so war die Karte. Also, so war die Karte. Vielen Dank. Vielen Dank.